Die Freiheit des Menschen war das große Thema des 1433 geborenen Pico della Mirandola, der zur platonischen Akademie des Massilio Ficino in Florenz gehörte. Im Alter von 23 Jahren veröffentlichte er 900 Thesen und lud zur Diskussion darüber ein. Allerdings untersagte die Kirche diese Super-Disputation. Mirandola plädierte für eine allgemeinmenschliche Kirche, in der Griechen, Christen und Juden vereint sind. Nach Mirandola hatte Gott am Ende der Schöpfung alle speziellen Eigenschaften schon an die Tiere vergeben und jedes Geschöpf unterlag ganz bestimmten Gesetzen. Anders der Mensch. Die berühmte 1504 in Florenz aufgestellte Skulptur des David von Michelangelo versinnbildlicht in unserem Modell den Menschen in seiner Freiheit, Schönheit und Würde. Er ist frei, das zu verkörpern und was er nach seinem Willen zu verkörpern beschließt. Die Unendlichkeit Gottes entwickelt sich zur Unendlichkeit des Menschen. Hinter der David-Skulptur zeigt die Gibleanordnung die Möglichkeiten des Menschen, die er wählen kann. Angefangen bei seiner höchsten Bestimmung als Denken des freies Wesen ganz oben über die Stufen des Fühlens und des vegetativen Lebens bis hin zu dem bloßen Sein. Mirandola betonte die freiheitliche Subjektivität. Er verteidigte den freien Willen gegen die Ansprüche der Astrologie, wenn sie den Stern unbeschränkte Macht zusprach. Nach Mirandola argumentierte Gott gegenüber Adam folgendermaßen. Nicht himmlisch, nicht irdisch, nicht sterblich und auch nicht unsterblich haben wir dich erschaffen. Denn du selbst sollst nach deinem Willen und zu deiner Ehre dein eigener Werkmeister und Bildner sein und dich aus dem Stoffe, der dir zusagt, formen. So steht es dir frei, auf die unterste Stufe der Tierwelt herabzusinken. Doch kannst du dich auch erheben zu den höchsten Sphären der Gottheit.